Musik Moin zusammen, heute gibt es mal ein Video über die bescheuersten und dümmsten Situationen, die ich so im Battlefield erlebt habe. Oder man könnte auch sagen, dass ich in einigen Clips mehr Glück als Verstand hatte. Ich will euch auch gar nicht allzu lange damit vollabern oder so. Ich denke, ihr werdet schon verstehen, was ich meine. Gegner, die noch blöder als ich selber bin, gibt es in Battlefield tatsächlich. Und das nicht mal wenige. So Leute, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video und tschüss, bis bald. Okay. Halt still, das haben wir gleich. So gefällt mir das. Wir liegen in Führung. Der Feind liegt in Führung. Das müssen wir ändern. Das ist mein Ziel. Wir brauchen Sanitäter. Der Feind liegt in Führung. Lass ihn nicht gewinnen. Wir haben die Oberhand über den Fall. La beso ja, vida. Wir haben alle Ziele unter Kontrolle. Wir halten alle Ziele. Der Feind ist am Ende. Ich flieg dich zusammen. Die Olli ist aus. Der Feind liegt in Führung. 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 Hier, für dich. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR What the fuck? Soldiers, we have lost Objective Verte. Scheiße! Hand kann ich nicht gemacht. Ich bin getroffen. Brauche es an die Täter. Komm, ich krieg dich wieder hin. Jetzt können wir gar nicht genug. Run. Run. Objective Anton is lost. Run. Seht euch das an! Gefährlich, oder? Objektiv TESA ist nun auf! Das war's für heute. Schau!